Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Wirrlich mag ich's komplexer. Hört sich auch interessant an, ja. Hört sich auch. Ja, ja, auch die 14. 80% verringert Toxysensitivität, plus minus 50, cool. Cool, cool. Cool, cool. Cool, cool. 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 auf der durchreise leider keine händler schade 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 keine händler keine händler so der tatu ist uns beigetreten was konnte überhaupt da habe ich jetzt noch gar nicht geschaut starke schmerzen schlafzimmer tragt ihm nicht neue recruit jetzt kriege ein bisschen stress ist uns jetzt auch beigetreten sowas heißt de facto die wohlfühltemperatur mit fast nix an ist 100 minus also er braucht im prinzip keine kleidung egal ob er was an hat oder nicht der coole sache auf jeden fall also da auch ein video youtube video oder stream oder so irgendwie zum zuschauen zum anschauen wird mich schon interessieren er sich ja mali für nackt sich ja schade dann braucht man nicht mal außer der android ist ein not ist das kann ja vielleicht auch sein notisten brauchen oder die fühlen sich ja ohne kleidung ganz wohl ist mit dem sk modpack muss ich mal aufschreiben es kam ort bett als kann immer dann nachher noch aufschreiben dann muss ich mal gucken muss ich mal schauen ja so moment moment jetzt muss ich mal trotzdem ok also nicht im steam workshop oder so 80 mods ok nicht schlecht nicht schlecht gut das füge ich da jetzt sei nicht in das spiel ein also wenn dann einmal vielleicht ein eigenes ein neues aber in die session ok gut ok gut ok gut ok ok Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist praktisch. 80 Mods. Du hättest dann automatisch ordnet und, ja... Du hättest mit einer Reihenfolge, ja... Du brauchst, muss ich nicht selber abmühen. Ich hoffe, du magst es komplexer. Natürlich mag ich es komplexer. Natürlich. Natürlich. Ja, wird sicher interessant, ja... Du hättest. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja forschung abgeschlossen so was gibt es nächstes zum forschen also mag teppich möchte ich machen für die snow cat so und dann den blumentopf habe ich auch noch nicht dort eine sache musste mir noch sagen aber eine sache muss ich mir noch sagen man kann bionische körperteile nur einbauen wenn man es erforscht hat genauso natürlich einbauen brauchst du das ist Okay. 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 Ja, schau ich mir dann an. Was haben wir als Dingre erreicht Stufe 7 in Kakao? Hallo, was ist da los? Vorher Stufe 6, jetzt Stufe 7. Ja, schau ich mir dann an. 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 Ja, schau ich mir dann an.